Guten Morgen liebe Funk-Freunde, hier ist Delta Lima 0 Köln-Aachen, der 0KA mit der Voreinkündigung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Unseren Rundspruch könnt ihr sonntags um 11 Uhr Ortszeit in Bild und Ton empfangen. Die Aussendung erfolgt über verschiedene FM-Relais in unserem Distrikt und über Kurzwelle. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, unseren Rundspruch zeitgleich im Internet auf unserer Webseite zu sehen und zu hören. Für eure Mitteilungen und Anregungen erreicht ihr die Redaktion unter kars.darc.de. Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags um 12 Uhr. Heute ist Sonntag, der 30. August 2020 und wir sind wieder mit interessanten News auf Sendung. Am Mikrofon ist Marco, Delta Oscar, 4 Kilo Juliet und wünsche euch einen guten Empfang und freut sich über eure Bestätigungen. Von Stefan, Delta Fox 6 Sierra Uniform, Vorsitzender des Ortsverbands Hürth, Golf 50, erreichte uns die traurige Mitteilung, dass plötzlich und unerwartet am 16. August Franz Josef Heuwer, Delta Lima 4, Kilo Charlie Charlie, im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Seit 1982 war er Mitglied im DARC. Zuerst im OV Erftstadt, Golf 36 und später dann im OV Hürth, Golf 50. Er nahm nicht nur an vielen Kontesten teil, sondern war auch ein begeisterter Nutzer der digitalen Betriebsarten. Bis ins hohe Alter beteiligte er sich noch an FT8 und hielt dazu auch Vorträge im damaligen OV-Lokal Erftstadt. Franz Josef war viele Jahre Kassenwart des OV Erftstadt und nahm wann immer es ihm möglich war an den OV-Abenden teil. Mit ihm verlieren wir einen sehr aktiven und begeisterten Funkfreund, der uns allen in guter Erinnerung bleiben wird. Seiner XYL und seinem Sohn wünschen wir viel Kraft. Unter der Seminarnummer Tango 3008 Amateurfunk mit der Welt in Kontakt sowie Technik verbindet, findet am Montag, den 5. Oktober zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr in der Quellenstraße 2 in Bad Honnef ein Informationsabend zum Amateurfunk statt. Dieser wird in Kooperation mit der Volkshochschule Siebengebirge kostenlos angeboten und kann von jedem Interessierten besucht werden. Neben Informationen zum anstehenden Amateurfunklehrgang gibt es die Möglichkeit für Interessierte, sich an der Clubstation von Golf 09 unter Anleitung am Mikrofon auszuprobieren. Am 27. Juli besucht der Herr Rainer Hombücher von Westmedien den Ortsverband Bad Honnef, Golf 09. Er betreibt seit einigen Jahren das Online-Medium Honnef heute und konnte an diesem Tag den Amateurfunk live in Aktion erleben und so einen wertvollen Einblick gewinnen. Ein rund 5 Minuten langer Videobericht war das Ergebnis seines Besuches bei Golf 09, der auf der Internetseite des Online-Mediums angesehen werden kann. Terminvorschau Am 5. Oktober veranstaltet der OV Golf 09 Bad Honnef einen VHS-Informationsabend über den Amateurfunk. Das war der Köln-Aachen-Rundspruch für die 35. Kalenderwoche 2020. In der Redaktion und am Mikrofon war Marco, Delta Oscar, 4 Kilo Juliet. Die Produktion wurde von Dirk, Delta Lima 7, Delta Sierra Whisky übernommen. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Empfang und wünschen euch eine angenehme Woche und viel Gesundheit. Das Rundspruch-Team freut sich, euch zum nächsten Köln-Aachen-Rundspruch am Sonntag, den 6. September 2020, wieder auf den bekannten Frequenzen begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf viele Zuhörer und Bestätigungen. Informationen rund um den Rundspruch findet ihr auf unserer Internetseite Köln-Aachen-Rundspruch.de 73 und AWDH, euer Köln-Aachen-Rundspruch-Team